Du willst gegen uns spielen? Dann musst du erst mal an dem da vorbei. Dann bewerbt euch auf der DB Facebook Karriere-Seite. Die 30 mit den meisten Votes auf der Seite erhalten einen Platz beim Casting und 20 weitere werden von einer Jury berufen. Daraus suche ich mir dann die 25 besten Spieler aus, mit denen wir dann zusammen gegen die Profi spielen. Ach ja, unter allen, die ihre Stimme für einen Kandidaten abgeben, verlosen wir dreimal zwei Karten Hertha BSC gegen Bayern München. Wir freuen uns darauf, gegen euch zu spielen.